So, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Video heute am Sonntag auf meinem Kanal zur gewohnten Uhrzeit. Ich habe wieder ein paar Leckerbissen für euch. Die große Katastrophe ist diese Woche ausgeblieben. Letzten Sonntag hatte ich das noch so ein bisschen im Gefühl, jetzt passiert bald wieder irgendwie was Heftiges. Naja, es passiert dauernd etwas Heftiges, aber ich rede davon von irgendeiner größeren Katastrophe wieder, die durch die Medien geistert. Aber was noch nicht ist, kann noch kommen die nächste Zeit. Momentan ist es ja um uns herum sehr kriegerisch, sehr düster. Es konsolidiert gerade so etwas. Ein Ende des Ukraine-Kriegs ist bisher nicht in Sicht. Das dümpelt jetzt so weit dahin. Aber die Frage wird sein, wenn die Auflösung stattfindet, in welche Richtung wird es denn gehen? Wird das Ganze dann vollends eskalieren oder kann man das Ganze wieder beilegen, indem man bestimmte Sachen diplomatisch klärt. So, wir springen jetzt gleich mal in die Themen. Aber bevor es los geht, hier meine Seite störtepriester.de, der Reiter Support. Hier findest du einfach alles über mich. Ganz wichtig, mein Telegram-Kanal. Wenn du da dazukommst, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video rausbringe. Denn diese ganzen anderen Sachen, die sind nicht so sehr zuverlässig. Auch ganz unten meine Ehlmayr-Videos, meine Amazon-Liste. Wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du da drüber etwas kaufst, also ich klicke da mal drauf, dann kriege ich eine kleine Provision. Das ist jetzt übrigens meine Musik und mein Amazon-Shop ist da oben. Und wenn du da drüber etwas kaufst, dann kriege ich eine kleine Provision. Aber es kostet dich dann nicht mehr. Gut, Schluss mit der Eigenwerbung. Wir fangen gleich mal an mit dem Twitter-Kanal von der Ricarda Lang. Die hat getwittert, heute Nacht wurde das Ende des Verbrenners besiegelt. Ab 2035 dürfen in der gesamten EU nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Jetzt ist klar, dass die Zukunft der Automobilindustrie in der Elektromobilität liegt. Was genau denkst du denn darüber? Wir haben doch jetzt angeblich ein Stromproblem. Kernkraft soll abgeschaltet werden. Die Grünen haben jetzt die Kohlekraftwerke wieder angeworfen, also die umweltschädlichsten Teile, die es auf dem Planeten gibt. Aber diese Ricarda Lang ist ja von den Grünen. Die Vorrat von den Autofahrern, dass keine Verbrenner in zehn Jahren mehr fahren. Macht das alles Sinn? Und wenn dann alle Autos auf E umgestellt sind, wo kommt denn dann der Strom her? Denkt diese Frau da eigentlich auch drüber nach, was sie da fordert und wie sie das dann machen möchte mit dieser Energie? Kaufen wir den Strom dann aus Frankreich, da wo dann Atomkraftwerke aufgezogen werden? Allerdings, wenn in Frankreich eins hochgeht, dann erwischt es uns auch. Denn diese radioaktive Wolke, die dann aufsteigt, die macht sich nicht ganz so viel aus Landesgrenzen. Deswegen sind für mich die Grünen eine ideologisch verbohrte Partei, die Sachen fordern, die in der Realität so nicht bewerkstelligbar sind. Und die Realität macht sich nichts aus Tagträumen. Und drum nochmal die Frage, wo kommt der Strom dann her, wenn wir alle Atomkraftwerke abschalten? Genauso wie die Kohlekraftwerke. Ist es wirklich realistisch, wenn alle Autos in Deutschland nur noch eh Antrieb haben? Dass dieser Strom im ausreichenden Maß produziert werden kann? Ich würde sagen nein. Außer es gibt dann viel weniger Autos, dass nicht jeder Auto fahren darf. Vielleicht auch so ein Carsharing-Modell. Du besitzt nichts, aber wirst glücklich sein. Oder eben so eine Rationierung. Vielleicht auch so ein Social Credit System, wenn du zum Beispiel etwas Regierungskritisches von dir gibst, dass du dann gleich mit dem Strom rationiert wirst. So die normalen Jobs wird es ja dann höchstwahrscheinlich eh nicht mehr geben, da wo man dann hinfahren muss. Sondern möglicherweise nur noch so eine Blockwart-Mentalität, da wo stur statische Regeln angewandt werden und bei Nicht-Einhalten sanktioniert wird der einzelne Bürger. Liegt bei euch, ob ihr das wollt. Ich möchte das nicht. Aber wenn man sich das so anschaut, das steht ja genau in diesem Satz hier drin. Das ist schön und gut, was sich diese Frau da vorstellt. Ich glaube, die hat in ihrem Leben noch nie was gearbeitet, aber um Arbeit geht es da auch gar nicht, sondern eher darum, ob man informiert ist, bestimmte Sachen einfach geprüft hat. Man merkt es ja allgemein bei Menschen, die immer Probleme haben, gerade so im Bekanntenkreis, dass die meistens falsche Daten in ihrem Kopf als wahr annehmen. Lasst euch den Satz mal auf der Zunge zergehen, dass viele Menschen, die ständig in Schwierigkeiten sind oder Probleme haben, falsche Tatsachen als wahr akzeptieren und das Ergebnis, welches daraus resultiert, genau das widerspiegelt, was die falschen Daten widerspiegeln. Ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, es gibt ja in den Gefängnissen Serienmörder, gerade in USA, oder Serienvergewaltiger und trotzdem haben die einen sehr hohen Zuspruch von Frauen, die mit denen zusammen sein wollen. Da denkt man sich erst, what the fuck, was ist denn da los? Aber Frauen denken da anders. Also ich möchte jetzt nicht sagen, alle Frauen und auch überhaupt keine Frauen über einen Kamm scheren. Aber es gibt vereinzelt Frauen oder ich sage einfach Menschen, die denken, da ist jetzt ein Serienvergewaltiger eingesperrt und eigentlich schaut er doch ganz gut aus. Und wenn ich jetzt da komme, dann wird er sich ändern. Das Gleiche vielleicht auch bei Alkoholikern. Da ist jemand Hardcore-Alkoholiker und dann kommt die Frau und sagt, wenn ich jetzt mit dem zusammen bin, dann wird er sich ändern. Und das malen sich die dann in ihrer Fantasie so aus. Und das Ende vom Lied ist dann, dass er möglicherweise dann selbstvergewaltigt wird oder vom Alkoholiker geschlagen wird. Das ist jetzt nicht immer so. Also man kann das jetzt nicht pauschal sagen, aber in sehr vielen der Fällen passiert das genauso. Weil man falsche Fakten in seinem Kopf hat, dass man denkt, man müsste dem ja einfach nur Liebe geben und dann ändert er sich komplett. Mag in Einzelfällen so sein, aber meistens ist das ein sehr unrealistisches Denken. Da hatte ich auch mal so ein Beispiel mit einer Frau. Und die hat sich dann von ihrem Freund getrennt und hat gesagt, das ist ein Loser, obwohl der eigentlich immer ganz nett war. Aber es hat halt dann nicht mehr gepasst. Dann wurde da schmutzige Wäsche gewaschen. Und dann gab es eben so einen Straftäter. Der war wieder raus. Auch wegen Vergewaltigung, Körperverletzung. Und genau an den hat sie sich dann geschmissen. Dann hat sie ihrem Ex so SMS geschrieben. So war das damals noch. Also da gab es SMS. Da war WhatsApp noch nicht auf dem Markt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt umschreibe. Aber im Endeffekt, dass er halt ein Versager war und es ihr im Bett, ja ihr wisst schon, nicht ausreichend besorgt hat. Und jetzt hat sie dann einen richtigen Mann. Einige Jahre später ist das Ganze dann auch wieder eskaliert. Der hat sie dann geschlagen. Also sie dachte immer, da hat sie den richtigen Mann gefunden und der muss nur mit ihr zusammen sein und dann läuft das alles. Also im Endeffekt hat er sie dann geschlagen. Und da war es dann so, dass sie irgendwie keine erotische Verhältnisse mehr zu Männer haben konnte, weil ihre Libido durch diese Beziehung nachhaltig und psychologisch geschädigt wurde. So und jetzt die große Überraschung. Hätte man das im Vorhinein nicht absehen können, wenn einer die ganze Zeit Frauen vergewaltigt, wegen Körperverletzung schon im Knast war und wegen Vergewaltigung, dann ist er wieder hier draußen und dann ist er auf einmal ein anderer Mensch, wenn die richtige Frau kommt, oder? Und in diesem Fall ist es auch genau ins Negative gelaufen. Jetzt müsste man sich mal fragen, wenn man 100 so Fälle hätte, wie viele von diesen Fällen laufen denn ins Positive und wie viele ins Negative? Und das ist so allgemein das Problem. Also ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, was wir auch bei dieser Ricarda Lang sehen. Das hat jetzt zwar nichts mit so Straftaten zu tun, aber sie denkt halt einfach, wir müssen das Klima retten. Für mein Dafürhalten gibt es keinen wirklichen Beweis, dass der Klimawandel wirklich menschgemacht ist oder wie weit der Mensch dafür verantwortlich ist. Denn wie gesagt, ich habe da schon mal so andere Artikel eingeblendet. Da gab es auch noch extra das RTL Magazin vor vielen Jahren. Da hieß es zum Beispiel, der Klimawandel ist ein Schwindel und zur Zeit der Kirchen, da war das Klima viel wärmer als heute und da war viel weniger CO2 in der Luft. Und dann gab es auch noch so Zeiten, da war viel mehr CO2 in der Luft als heute und da gab es dann sogar die kleine Eiszeit. Aber wenn das CO2 doch so umweltschädlich ist, wie kann dann eine Eiszeit stattfinden? Und für mein Dafürhalten, das was ich persönlich glaube, dass der Klimawandel nicht menschgemacht wird. Dass da was anders dafür verantwortlich ist. Vielleicht möglicherweise Sonnenzyklen, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Vieles spricht dagegen, was heutzutage jetzt in der Schublade verschwindet. Und das erinnert mich etwas ans Mittelalter. Da hieß es einfach, die Erde ist eine Scheibe und jeder, der etwas anders gesagt hat, der wurde dann hingerichtet. Naja, das glauben ja heutzutage viele Flach-Erd-Gurus immer noch. Ich nicht. Soviel zur Rekada Lang. Schauen wir mal weiter. Unser Küken, die Jamilia Schäfer. Wenn doch, ist die Botschaft offensichtlich. Man sollte Putin entgegenkommen. Ja, das ist mein Reden. Das bedeutet, der Methode Gewalt recht zu geben. Jetzt sind die ja von den Grünen eine pazifistische Partei und sagen, man darf Putin nicht entgegenkommen. Was heißt denn das zum Umkehrschluss? Das alles eskaliert. Dann gibt es noch diese Emila Fester. Die will das Wahlalter bei Europawahlen auf 16 senken. Schauen wir mal rein. Führen wir das Wahlalter 16 für die Europawahlen ein. Eieiei, wie die schon schaut. Warum ist es denn schlecht, das Wahlalter auf 16 runter zu reduzieren? Das Problem ist einfach, dass die meisten Menschen, wie ich es erklärt habe, nicht wirklich gut informiert sind und eben falsche Tatsachen als richtig empfinden. Und wenn man eben falsche Tatsachen als richtig empfindet, dann führt es über kurz oder lang einfach zur Katastrophe. Zum Beispiel gab es auch viele Fälle beim Niagara Fall. Da dachten halt Menschen, sie könnten da einfach runterschwimmen und dann durch den Wasserfall durch und da passiert schon nichts. Da sind die meisten daran gestorben. Wenige haben das überlebt. Da sind auch viele auf diese Idee gekommen, man könnte ja in so Metallfässer reinkriechen und sind dann mit dem Fass, dem Niagara Fall runter. Auch wieder das Gleiche. Viele sind gestorben. Wenige haben es überlebt. Aber die Menschen, die sowas machen, die müssen sich ja in dieser Tabelle im Gehirn ausmalen, dass das schon gut gehen wird. Obwohl die Wahrscheinlichkeit halt extrem dagegen spricht. Deswegen Wahlalter ab 16 schlecht, weil da viele Menschen ja noch gar nicht wissen, was überhaupt abgeht auf der Welt. Wenn man es jetzt aber genau nimmt, geht es gar nicht um das Wahlalter ab 16, sondern es geht darum, dass Menschen sich besser informieren. Aber wie könnte man die Menschen dazu bringen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil es hilft ja nichts, wenn sogar studierte Menschen sagen, die Grünen ist eine gute Partei. Und wenn man dann sagt, ja, aber wie funktioniert das mit Windrädern? Und dann kommt da irgendwie entgegen, da werden Technologien noch erfunden. Das erinnert mich etwas wie das Glauben in der Kirche. Ich glaube dran, dass da Technologien erfunden werden und damit geht es dann schon. Und so argumentieren teilweise hochstudierte Leute, die Partei der Grünen, dass es so nicht mehr weitergeht mit dem Klima, haben sich aber irgendwie nie informiert, dass das möglicherweise gar nicht vom Menschen kommt. Oder schauen sich das an und sagen, das sind Verschwörungstheoretiker und dann geht es einfach nur nach dem Titel. Da gab es ja auch mal so eine Studie und die wurde durchgeführt, glaube ich, unter Steuerberater. Und normalerweise muss ja ein Steuerberater schon ziemlich schlau sein im Umgang mit Geld. Und da wurde dann irgendwie gefragt, auf wen sie hören mit Geldanlagen. Und da kam dann immer das Gleiche raus, wenn die Mainstream-Medien, wenn der Finanzexperte XY etwas sagt, dann stufen die das als wahr ein. Obwohl das in der Vergangenheit sehr oft falsch war. Da haben auch manche das mal ausgewertet, was diese Experten alle gesagt haben. Und da war dann die Wahrscheinlichkeit so hoch, wie wenn man da jetzt Affen nehmen würde und würden Affen etwas entscheiden lassen, entweder rot oder schwarz, dass sie dann auf eine ähnliche Wahrscheinlichkeit kommen würden. Und dass man deswegen gewillt ist, die Verantwortung abzugeben, anstatt dass man logisch überlegt, wie könnte es denn sein und überträgt die Verantwortung dann den sogenannten Experten und der Wissenschaft. Es ist nur komisch, dass sich die Wissenschaft auch mit dem Ozonloch geirrt hat. Wie gesagt, noch vor 20 Jahren, da waren sich viele einig, dass man im Jahr 2020 ohne Schutzanzug gar nicht mehr rausgehen kann. Naja, ich sehe jetzt die Leute nicht im Schutzanzug rumlaufen, vielleicht mit so einer komischen Maske, aber das ist ein anderes Thema. Und da will ich euch jetzt gleich noch mal was erzählen. Am Donnerstag war ich wieder beim Einkaufen. Ich habe das ja eh schon mal erzählt, mit so einem Pärchen. Sie hat eine Maske auf, er nicht. Und wenn man jetzt denkt, das sind Einzelfälle, nee, sind es nicht. Ich war am Donnerstag im Supermarkt und da war dann eine kleine Familie, ein Kind, sie hatte eine Maske auf, er nicht, das Kind nicht. Und wie sie da stolz da entlanggewatschelt ist, so, sie tut was für die Allgemeinheit, sie schützt die anderen. Das sind immer so Sachen, da wo ich mir denke, Leute, was ist denn mit euch los? Und das waren jetzt nicht irgendwie so asoziale, sondern eine ganz normale Familie und die haben auch irgendwie gesüttelt ausgeschaut, gediegen. Also nicht irgendwie dumm, aber trotzdem trägt sie eine Maske, er nicht und das Kind nicht. Und da würde mich einfach interessieren, wie die das rechtfertigen. Aber ich kann ja nicht zu den Leuten hingehen und fragen, was sie damit bezwecken. Die springt ja gleich weg, weil sie Angst hat, sie wird da irgendwie angesteckt. Aber im Endeffekt stehen die Dreier komplett zusammen. Das Kind ist im Wagen, ohne Maske und er und sie schieben den Wagen. Dann ist er mal ein bisschen mehr links im Regal, sie rechts. Aber angenommen, da kommt jetzt jemand, der diesen schlimmen Virus in sich trägt und hustet irgendwo und steckt ihn an. Er steht ja praktisch keinen Meter oder keinen halben Meter von ihr weg. Dann infiziert er sich doch. Oder das Kind im Wagen, das ist ja direkt immer bei ihr. Sie schiebt den Wagen und das Kind sitzt da oben drauf. Dann steckt sich doch das Kind an. Denn die Viren, die vermehren sich doch auch in diesen ganzen Schleimhäuten, in den ganzen Nebenhöhlen und so weiter. Was bringt dir denn dann die Maske? Denn wenn die dann daheim sind, dann wird sie ja daheim auch nicht mit Maske rumrennen, oder? Also setzt sie die Maske im Auto und daheim ab. Vor allem im Auto. Ich habe das auch schon beobachtet. Die fahren dann weg. Vor dem Auto, bevor sie einsteigt, reißt sie die Maske runter. Jetzt hat er sich oder das Kind sich gerade infiziert im Supermarkt. Dann fahren die vielleicht zehn Minuten mit dem Auto durch die Gegend und spätestens da haben es doch alle. Ich verstehe irgendwie den Sinn nicht. Und auch wenn es um Schützen geht, angenommen, sie hätte das und setzt eine Maske auf, dann hat sie doch daheim ihr Kind und ihren Mann oder ihren Freund angesteckt. Und beide sind doch dann auch im Supermarkt mit drin. Und wenn die dann husten, stecken sie doch auch andere Leute an. Wobei man da auch wieder sich die Frage stellen muss oder sich die Frage stellen kann, hilft die Maske wirklich so, wie es uns so eingepläult wird? Ich würde auch sagen, nein. Vielleicht ein geringer Schutz. Aber im Endeffekt, wenn man auf diese FFP2-Masken draufschaut, da steht da drauf, das ist keine Maske für Viren. Das ist irgendwie für so Schleifarbeiten. Bestimmt, wenn man da jetzt voll losrotzt, dass das dann irgendwie nicht komplett dem anderen ins Gesicht. Aber ja gut, wann findet das denn statt? Aber ich glaube nicht, dass man das so aufhalten kann. Und das ist so hauptsächlich das Problem, dass ja die Menschen an und für sich, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann, sind diese Menschen dumm oder haben sie einfach nur die falschen Daten im Kopf, die sie als wahr annehmen? Und gerade heute, zu der Zeit des Internets, kann man doch vieles nachschauen, recherchieren und wenn einer sagt, ich bin da anderer Meinung, dann nicht immer draufhalten, sondern sich überlegen, könnte da was dran sein? Kann ich das irgendwie recherchieren? Also so gehe ich halt immer vor. Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Eigentlich darf man das ja gar nicht sagen. Wir haben ja jetzt hier den Michael Stürzenberger. Das ist ein Aufklärer des politischen Islams. Was ist der politische Islam? Naja, wir haben ja jetzt dieses Thema, dass immer mehr Flüchtlinge zu uns kommen, die islamistisch geprägt sind. Und der Islam ist ja so gesehen der Glaube. Da ist ja an sich nichts Verwerfliches dran. Der Islam hat auch sehr gute Seiten. Das ganze Esoterische und dass man Arme unterstützen soll, sagt kein Mensch was dagegen. Aber es gibt eben auch diese politische Komponente. Der Islam besteht aus dem Koran und dazu gehören noch so Hadithen. Das sind so gesehen so Add-ons, so Zusatzsysteme zum Koran. Würde jetzt den Rahmen sprengen. Und das Hauptproblem, so wie es der Stürzenberger sagt oder was auch meine Meinung ist, ich möchte jetzt hier nichts behaupten, dass sich manche Attentäter, also die halt nach dem Glauben töten, sich auf dieses Buch berufen oder auf diesen Glauben berufen, auf den politischen Islam. Und da werden manche sagen, ja, aber die Bibel, da stehen auch grausame Sachen drin. Das ist das Alte Testament. Die Bibel wurde reformiert und wir haben halt aktuell nicht das Problem, dass es viele Anschläge gibt, die aus christlicher Ambition heraus gestartet werden. Theoretisch könnte man auch ein Buch rausbringen über Satanismus, also die Satanismusbibel, da wo nur blutrünstige Sachen drinstehen. Solange aber dadurch keiner geschädigt wird, interessiert das im Endeffekt keinen. Also du könntest die blutrünstigste Bibel rausbringen, aber wenn die Leute nicht danach handeln, sondern das so gesehen als Geschichte wahrnehmen, dann ist es ja kein Problem. Aber beim politischen Islam könnte das Problem folgendermaßen sein, dass sich manche darauf berufen und genau danach handeln. Und dieser politische Islam, da geht ja die Scharia hervor, das ist so gesehen das Gesetz, der bringt sein eigenes Gesetz mit. Zum Beispiel, wenn man jetzt stiehlt, dass einem die Hand abgehackt wird, was ja auch in vielen islamistischen Ländern so praktiziert wird. Und das könnte halt ein Problem sein mit unserem Grundgesetz, weil er eben der Islam, wenn er politisch ausgeführt wird, seine eigenen Gesetze mitbringt. Und eben, weil er von einigen Moslems, nicht von allen, also da geht es nicht um alle Moslems, denn wie gesagt, da gibt es auch gute Sachen da drin, aber einige berufen sich eben darauf und führen das dann aus. Das sind dann auch immer so Menschen, die wo dann sagen, ja, aber Deutsche machen das auch. Oder irgendwelche Priester, die dann sexuellen Missbrauch begehen. Ja, das geht aber am Thema vorbei. Der Unterschied ist einfach, dass dieser sexuelle Missbrauch von einem Priester durch den katholischen Glauben nicht zu rechtfertigen ist. Also das steht nicht in der Bibel drin, dass man das tun soll, sondern das wird sogar auch noch verurteilt. Wenn das so ein Priester macht, dann liegt das an dem selbst, aber das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Und natürlich kommt sowas auch vor. Aber der Unterschied ist, wenn es eben so Terroranschläge gibt, wie zum Beispiel in Berlin, da wo der mit dem LKW in die Menschenmenge reingerast ist, dass sich die dann sehr oft auf diesen Glauben berufen, weil da eben so kritische Suren mit drin stehen. So kann man das erklären. Und darum müsste man diese kritischen Suren, also so denkt dieser Stürzenberger, für ungültig erklären. Das wird für meinen dafür halten, wird das nichts bringen und wird auch nicht funktionieren. Aber er will das halt aufklären und das zumindest versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in der Realität umsetzbar ist. Was jetzt hier eben auch wichtig ist, dass wenn der politische Islam herrscht oder nach Scharia, dass dann Hunde verboten sind. Ob das jetzt wirklich hundertprozentig so stimmt, müsste man noch genauer nachforschen. Das machen wir jetzt auch gleich gemeinsam. Aber ich denke mal, dass die Indizien dafür sprechen, dass das wohl so sein könnte. Und jetzt haben wir eben das Problem, das bezieht sich auch wieder auf den Beitrag von vorher. Wählen ab 16. Was bringt es denn, wenn Menschen wählen, die falsche Glaubenssätze oder falsche Fakten als wahr annehmen? So und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, was er da zu Hunden sagt. Leute, und wir klären heute über die ideologischen Grundlagen auf des Terrors des politischen Islams. Da kann es doch nur eine Meinung geben. Wir müssen die ideologischen Grundlagen aus den Köpfen von radikalen Moslems rausbekommen. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Ich komme gleich zu Ihnen, weil Sie dürften keinen Hund haben. Da sagt das. Ich komme gleich zu Ihnen, weil Sie dürften keinen Hund haben. Laut Scharia. Sind Sie Muslimin? Dann dürften Sie keinen Hund haben. Also er erklärt jetzt dieser Muslimin, dass sie in so islamisch geprägten Ländern, da wo der politische Islam herrscht, die Scharia, keinen Hund haben dürfte. Und jetzt schaut es mal die Reaktion an. Sie ist ja für diesen Glauben. Also geht man auch davon aus, dass man weiß, was der Glaube einem vorschreibt und was nicht, oder? Hunde sind unrein. Hunde, Hunde, die machen das Gebet eines Moslems ungültig. Und in schwarzen Hunden ist der Teufel... Mensch, Sie langen mich nicht an. Sie haben vorhin schon gesagt, mir hätten wir ins Gehirn geschissen. Ich wäre ein Idiot. Sie kommen schon mal gleich gar nicht dran. So, ich sage Ihnen eines. Wir wünschen uns ja, dass ihr modern lebt. Wir wünschen auch, dass ihr Hunde habt. Wir wünschen, dass ihr modern lebt. Wir wünschen, dass ihr kein Kopftuch tragen müsst. Aber, wo die Scharia herrscht, hören Sie mir bitte zu. Wo die Scharia herrscht, da müssen sie Kopftuch tragen, wie im Iran. Genau. Also das Kopftuch, da kommen dann auch irgendwie so dumme Argumente. Ja, eure Nonnen, die haben ja auch Kopftücher. Aber eine Nonne entscheidet sich ja aktiv für ein Leben im Kloster und dass sie das Kopftuch aufsetzt. Aber das bezieht sich ja nicht auf alle Frauen. Wenn aber der Islam, der politische Islam, Oberhand gewinnt, dann ist einfach Kopftuch Pflicht. Und wer das halt nicht glaubt, der kann sich ja die Länder anschauen, da wo der Islam regiert, vor allem der politische Islam. Und da ist halt Kopftuch Pflicht. Kann man halt nicht anders sagen. Ja, das ist Scharia. Da dürfen Sie keine Hunde haben. Wissen Sie das? In der Gesetzgebung des Irans verboten, Hunde zu halten. Ja, das müsste man jetzt überprüfen, ob jetzt in dieser Gesetzgebung des Irans es verboten ist, Hunde zu halten. Ich kann es mir gut vorstellen. Wir schauen da gleich nochmal nach. Aber das habe ich eben auch schon öfter gehört, dass Hunde da verboten sind. Was ich zum Beispiel auch so lächerlich fand, da bei mir in der Stadt, da ist eine zum Islam konvertiert. Die war dann eine Muslima, ist eigentlich eine Deutsche und ist die totale Hundefanatikerin. Und dann sieht man sie mit Kopftuch und jetzt als Muslima mit ihren Hunden durch die Stadt gehen. Und da habe ich mir auch schon immer gedacht, oi, da was geht. Ich weiß halt nicht, ob das dann so authentisch ist. Aber schauen wir mal rein. In schwarzen Hunden ist der Teufel drin. Laut Scharia. Das müsst ihr wissen. Und das wollen wir für ungültig erklären. Versteht ihr? Wir sind für euch. Wir sind für eure Rechte. Wir sind für eure Rechte. Und jetzt passt es auf, was diese gute Frau jetzt da von sich gibt. Sie ist ein Muslima, hat sie ja gesagt. Hat kein Kopftuch auf. Und im Endeffekt ist das jetzt nur eine neutrale Information. Ich meine, das kann man jetzt einfach mal so aufnehmen und dann danach oder daheim dann recherchieren, ob das wirklich so stimmt. Und jetzt passt es auf, was sie dazu sagt. Dass ihr kein Kopftuch tragen müsst. Wir sind dafür, dass ihr die gleichen Rechte wie Männer habt. Wir sind dafür, dass ihr nicht geschlagen werden sollt in der Ehe, wie es im Koran steht. Ihr müsst uns zuhören. Nein, mit dir hat vorhin gesagt, ich bin ein Idiot, mir hat man ins Kirchen geschissen. Sie kommt nicht ans Mikrofon. Jetzt, Vorsicht, jetzt aufpassen, was sie jetzt sagt. Sie haben ja gesagt, ich darf keinen Hund behalten. Das hat er doch gar nicht gesagt. Der Glaube sagt es. Das steht so in der Scharia. Und sie ist doch diesem Glauben da angehörig. Da müsste sie das doch wissen, oder? Er hat das nicht gesagt, dass sie keinen Hund behalten darf. Laut Scharia. Hören Sie mal bitte zu. Die Herzen sogar von Hunden. Zum Beispiel das Herz von meinem Hund ist rein als ihr Herz. Das kann ich sagen. Das ist doch Wahnsinn. Alle jubeln. Sie sagt, das Herz von meinem Hund ist reiner wie ihr Herz. Und da haben wir ja genau so einen Fall. Weißt du überhaupt, von was sie spricht? Was sind denn da für Daten im Kopf drin? Entweder bin ich komplett hardcore für den Islam und dann sind Hunde nicht erlaubt, genau das, was er da sagt. Oder ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dann sind die Herzen der Hunde reiner wie dem seins, obwohl er das ja gar nicht behauptet hat. Er versteht sich, auf was ich hinaus möchte. Dann habe ich da noch eine andere Seite gesucht. Und zwar ist das so ein Prediger. Wir können da mal reinschauen, wenn das der gleiche ist. Angeklagte gegen salafistischen Prediger. Berliner Islamist betrug offenbar bei Corona Soforthilfe. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Abdul Bara angeklagt, einen Anführer der Salafistenszene. Er und seine Frau sollen den Staat geschädigt haben. Er predigt strenge Sitten. Doch Amit A., weithin bekannt als Abdul Bara, nimmt das selbst womöglich mit den Gesetzen nicht ganz so genau. Dem salafistischen Prediger, einst Imam der As-Shaba-Moschee im Stadtteil Wetting, also in Berlin. Jetzt schauen wir einfach mal, was der dazu sagt. Wer einen Hund zu Hause hält, so werden ihnen jeden Tag ein Kirat an gute Taten abgezogen. Was ist ein Kirat? So viel wie der Berg von Uhud. Der Berg von Uhud, die den Berg von Uhud nicht kennen, ist sieben Kilometer lang und stellenweise dreieinhalb Kilometer breit. So viel an gute Taten gehen jeden Tag verloren. Das heißt, wofür macht die Person dann die Taten? Im Grunde genommen für nichts. In einer anderen Überlieferung, die kam später, sagte der Prophet, wer einen Hund zu Hause hält, so werden jeden Tag zwei Kirat von ihm an guten Taten abgezogen. Die Gelehrten sagten, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Überlieferung ist, dass er das Verbot noch deutlicher machen wollte. Und daher, wenn wir sagen, eine Person holt sich jetzt einen Hund, natürlich dadurch, dass sein Speichel unrein ist, was macht der Hund die ganze Zeit? Natürlich, er sabbert auch. Und das verteilt sich über die gesamte Wohnung. Das ist ein Problem. Die zweite Sache ist, dass jeden Tag, was die Schwester an guten Taten macht, Gebet, Fasten und so weiter, ein bis zwei Kirat werden ihr jeden Tag abgezogen. Naja, muss man da noch mehr dazu sagen? Und das ist halt das Problem mit Wahlen ab 16 oder allgemein Wählen von Jugendlichen, da geht es ja nicht nur so ums Alter, dass einfach falsche Fakten als wahr angenommen werden. Einerseits ist man halt voll für diesen Islam. Also ich meine, der Stürzenberger zum Beispiel ist ja nicht gegen den Islam. Ich bin auch nicht gegen den Islam als Glaube. Aber problematisch wird eben diese Scharia, die daraus resultiert, wenn der politische Islam eingeführt wird. Und ich frage mich halt immer, wenn man das so genau erklärt und dann sagen so Leute, das Herz von meinem Hund ist reiner wie ihrs, ja, was hat man da eigentlich nicht genau verstanden? Warum informiert man sich denn da nicht drüber, dass man sagt, ja okay, ich lebe jetzt einfach nach dem Glauben, nach dem spirituellen Teil, aber was da jetzt drin steht mit Hunden oder zum Beispiel Hände abhacken, das will ich nicht haben. Das kann man als ungültig erklären oder das zählt für mich nicht. Aber es gibt halt das Problem, dass viele halt danach leben. Und wenn das dann überhand nimmt, dass sich das dann aktiviert, zum Beispiel ich kannte einen Moslem, also super nett, super beliebt, mit dem bist du auch echt gut ausgekommen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, wie siehst denn du das im Islam, wenn man etwas klaut, dass dem die Hände abgehackt werden? Dann hat er gesagt, ja, bin ich dafür. Dann hat man sich gedacht, boah, der war doch immer so nett und so, war krass. Ja, aber jetzt nur, wenn man jetzt jemand was zum Essen klaut. Ja, egal, das steht so drin, Hand abhacken. Und die leben das zwar nicht aus, weil die sind jetzt hier in Deutschland und da gilt jetzt das deutsche Rechtssystem. Aber sollte zum Beispiel in einzelnen Stadtteilen der politische Islam eingeführt werden oder nach Scherier, dann wären die auch dafür. So ist mein Eindruck zumindest. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte in Deutschland noch zu Konflikten führen, wenn das Überhand nimmt und wenn das dann so richtig nach Scharia ausgelebt wird. Wenn es dann so eine Scharia-Polizei gibt und so weiter. So, schauen wir mal weiter. Wie schaut es in Italien aus? Ungeimpfte Ärzte dürfen in Italien wieder arbeiten. Italien macht unter der neuen Regierung, Giorgia Meloni, eine Kehrtwende beim Umgang mit dem Coronavirus. So sollen nicht geimpfte Ärzte, die sich bis Ende 2022 geltenden Impfpflicht für Gesundheitspersonal widersetzt haben und vom Dienst suspendiert wurden, wieder arbeiten dürfen. Auch in anderen Bereichen werden Corona-Maßnahmen gelockert, erklärt der neue Gesundheitsminister. Kann ich nicht aussprechen am Freitag. Bisschen schwierig, die Namen. So plant die Regierung unter Giorgia Meloni, ab kommenden Dienstag, 1. November, die Maskenpflicht in Krankenhäusern fallen zu lassen. Eine der letzten Anti-Pandemie-Restriktionen in Italien. Hört, hört. Nur in Deutschland geht es weiter. Wie ist denn das mit dieser Giorgia Meloni? Die wird ja da als richtig rechts eingestuft. Also ich finde die Frau klasse. Natürlich gibt es da auch Stimmen, dass die im Endeffekt auch da mit diesem Klaus Schwab zusammenhängt. Und sie will auch die Ukraine unterstützen. Ob die jetzt so für Waffenlieferung ist, das habe ich jetzt so nicht richtig recherchiert. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal was in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon denkt. Aber prinzipiell würde ich mir sowas für Deutschland auch wünschen. Und da kann man ja jetzt eigentlich gar nicht so dagegen wettern. Im Endeffekt, das ist ja jetzt eine Frau. Das ist jetzt nicht so ein Mann, so ein Macho wie der Berlusconi. Oder heißt der so? Ich glaube schon. Da müssten sich doch alle freuen. Aber weil diese Giorgia Meloni für die Familie ist, und das ist auch meine Meinung, denn dieses ganze LBGTQ Plus und wie das nicht alles heißt, finde ich persönlich schädlich für den Zusammenhalt oder für die Familienbildung. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nichts gegen die Leute. Ich finde es halt nur falsch, dass das so publik gemacht wird und dass das eben so aufgedrängt wird, wie auch diese Gendersprache. Keiner will die eigentlich haben, aber die drängen uns die auf übers öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und das finde ich nicht richtig, weil das ist ja nur eine Minderheit, die auf diese Gendersprache steht. Und man sollte ja das dann machen, was die Mehrheit will. Naja, sollte man das wirklich? Ich weiß es nicht. Die Mehrheit ist auch nicht immer richtig. Aber wenn halt keiner für diese Gendersprache ist, warum führen wir die dann ein? Giorgia Melonis Motto. Gott, Familie, Vaterland. Auch zur EU, zum Euro und den westlichen Allianzen wie zur NATO bekennt sich die Fratelli-Chefin im vollen Umfang. Nicht aber zu allen Werten der Union. Rechte für sexuelle Minderheiten etwa lehnt sie ab. Für sie und ihre Partei ist die heterosexuell geprägte Familie das einzig akzeptable Lebensmodell. Ungeniert ließ sie deshalb erst kürzlich die Parole vieler Redaktionäre und Mussolinis wieder hochleben. Gott, Familie, Vaterland. Er ist natürlich rechts, wenn man für Familie steht. Man sieht es ja jetzt hier in diesen deutschen Medien, wie die da zerfetzt wird auf dem Stern. Ich sehe das alles gar nicht so kritisch. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen schwule Lesben. Oder wenn manche denken, sie wären ein Auto. Bloß ich würde denen halt nicht so die Bühne geben. Ich meine, wenn einer denkt, er wäre ein Auto, kann er das ja bei sich daheim ausleben, solange er keine anderen schädigt. Aber er kann nicht von mir erwarten, dass ich den als Auto sehe. Und das Gleiche bin ich auch der Meinung, wenn man jetzt einen Beruf hat, dann muss ich als Chef so Personen nicht einstellen, wenn es nicht zu meiner Firmenideologie passt. Also ging es nach mir, würde ich das auch nicht tun. Also ich für mich empfände das schon als Zumutung, wenn ich jetzt so ein Techniker wäre, was weiß ich, Internet-Techniker, und ich muss zum Kunden vor Ort kommen. Und mir wird dann so ein Transgender zugeteilt, der sich als Frau verkleidet, aber selber einen Bart hat. Und ich muss dann mit dem immer ausrücken. Da würde ich mich auch weigern. Nicht, weil ich gegen den was habe. Der kann das ja daheim ausleben, wie er möchte. Aber wenn er dann mit Kleidchen, mit Bart, mit langen Haaren und Lippenstift mit mir da ausrückt und hat dann so eine tiefe Brummstimme und sagt, sein Name ist Julia oder sowas, dann wird es halt einfach komisch. Und dann ist das Problem, also was ich damit habe, dass ich dann ständig mit dem auffall. Und ich möchte nicht auffallen. Wenn ich dann Mittagspause mache und setze mich in den McDonalds, gut, das esse ich eh nicht, aber zum Beispiel zum Kaffee trinken, dann ist ja der unweigerlich dabei. Und ich habe einfach keine Lust, dass mich dann alle Leute anschauen, weil die denken ja, wir sind ein Paar oder sowas. Oder man fährt dann zum Kunden hin. Ich weiß nicht, das macht einfach einen komischen Eindruck, vor allem auch in ländlichen Regionen. Und ich glaube, dass das halt ein immenser Druck ist für einen normalen Menschen wie mich, wenn man so jemand dann immer dabei hat und dann mehr oder weniger immer so im Mittelpunkt steht. Das würde mich halt extrem stressen, weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Wenn der aber jetzt in die Arbeit kommt, ganz normal angezogen wie ein Mann und lebt es aber in seiner Freizeit aus, sagen wir, er geht jetzt da am Samstag in so einen speziellen Club und zieht sich da an oder am Sonntag, dann interessiert das doch keine Sau. Kann er doch machen, wie er möchte oder einen Freund haben, wie er möchte. Juckt keinen. Aber in dem Moment, wo ich das ausbaden muss, finde ich, ist das ein Problem. Nee, mir ist auch egal, was der andere dazu sagen. Ich würde den Job auf jeden Fall kündigen oder mich kündigen lassen und das auf gar keinen Fall mit dem machen. Nicht aus Respektlosigkeit, aber der zieht mich halt da einfach mit rein und das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. So, jetzt habe ich euch ja vorher das Beispiel da mit dem Einkaufen erklärt. Jetzt noch so ein Beispiel, da wo ich mir denke, geht es irgendwie noch? Zum Beispiel hier ist Oktoberfest. Ja, ich bin da auch mal mit dem Zug gefahren und das ist absolut merkwürdig. Also man fährt dann nach München rein. Der Zug ist einigermaßen überfüllt oder gut gefüllt und alle haben ihre Maske so unter die Nase gezogen. So, also bringt eigentlich im Zug überhaupt nichts. Jetzt kommt aber der Schaffner. Man sieht, dass der Schaffner kommt und alle setzen jetzt ihre Maske auf. Also ziehen sie über die Nase wieder. Dann kommt eben der Schaffner, kontrolliert die Fahrkarten und schaut, dass jeder seine Maske richtig auf hat. Dann geht er weiter ins nächste Abteil und alle ziehen die Maske wieder unter die Nase. Wenn du aber mit den Leuten redest, dann haben die Angst vor Corona und man fragt sich da halt echt, vor was habt ihr da genau Angst? Was macht sie da? Dann stürmen sie in die Wiesen und da rennen sie dann wieder ohne Maske rum. Auch im Bierzelt. Da wird gefeiert. Das ist richtig voll. Und wenn sie dann mit dem Zug wieder heimfahren, dann ziehen sie die Maske wieder unter die Nase, kommt der Schaffner die Maske wieder nach oben. Und da stelle ich mir halt oft die Frage, die ganzen Menschen, können die irgendwie logisch noch darüber nachdenken? Also eben wieder diese Daten im Kopf. Können die überhaupt noch so richtige Daten erfassen und selber darauf kommen, dass das, was sie machen, ja eigentlich gar nichts bringt? Aber hinterher sind sie dann trotzdem Befürworter für die Maske. Was macht denn das für einen Sinn? Und das bedeutet doch, dass man in seinem Kopf einfach falsche Tatsachen als wahr annimmt. Und das führt zu diesen ganzen Katastrophen, glaube ich. Und ist das vielleicht ein Problem von unserer Zeit, dass trotz dem Internet Menschen einfach nicht mehr unterscheiden können, was ist denn realistisch und was ist falsch? Also dass man bestimmte Sachen auch überprüft, kann das so stimmen? Wie ist denn das Ergebnis, wenn ich das so mache? Und darum wundert es mich nicht, warum so Parteien wie die Grünen gewählt werden, weil ja Menschen im besten Wissen und Gewissen denken, dass uns die Grünen weiterbringen. Dass das ja gut ist, wenn es keine Umweltverpestung mehr durch Autos gibt. Und alles fährt dann mit E-Mobilität, aber die denken halt nicht weiter. Da kommt der Strom halt einfach aus der Steckdose. Und das ist halt einfach schwierig, diese Fakten zu erkennen, zu prüfen, ob das wahr ist oder falsch. Und ich denke halt, die Menschen, die mehr wahre Fakten als falsche in ihrem Kopf haben, dass die prinzipiell erfolgreicher sind wie die anderen. Wie gesagt, macht es mal das Experiment, schaut es mal in eurem Bekanntenkreis und schaut es euch die Leute mal an, vor allem die Leute, die die meisten Probleme haben und die wo praktisch das Pech so magisch anziehen, die wo von einer Katastrophe in die nächste schlittern. Und überprüft es mal, an was die so glauben oder wie die so denken. Und da werdet ihr erstaunt sein, wie viele Sachen, die die da im Kopf haben, überhaupt keinen Sinn ergeben, die widersprüchlich sind. Sehr gut kann man das auch zum Beispiel sehen in dieser TV-Show Take Me Out. Also ich schaue mir sowas eigentlich nicht an. Aber ab und zu, wenn dann irgendwie der Film fertig ist und dann wird da kurz RTL oder Sat.1, ich weiß jetzt gar nicht, oder was, Bruss, ich weiß es nicht, da eingeblendet, da sieht man das ja immer, da sind dann doch irgendwie so 20 Frauen und die wollen irgendwie verkuppelt werden mit einem Mann. Und der kommt dann und stellt sich vor und dann die, wo er auf den Passer drückt, die ist dann raus, für die ist dann der Mann nichts. Und dann sind da eben so Vorstellungen, die wünschen sich einen Mann mit Waschbrettbauch, der wo super gut ausschaut. Dann kommt da genau so ein Mann, dann sind sie alle begeistert. Und dann kommt das erste Video von dem, da wo er sich vorstellt, da wo er dann sagt, er geht drei oder vier Mal die Woche ins Fitnessstudio und alle drücken. Und dann sagen die, warum hast du gedrückt? Ja, wenn der drei oder vier Mal ins Fitnessstudio geht, dann hat er ja gar keine Zeit für mich. Und dann, aber du hast doch gesagt, du willst doch einen gut trainierten Mann mit Waschbrettbauch. Ja, schon, aber der muss immer Zeit für mich haben. Und da sieht man auch schon diese ganzen Widersprüche an sich. Ich meine, dass du so ausschaust und dann auch, was weiß ich, mit 30 oder 40 dann noch gut trainiert ausschaust, da musst du ja auch was dafür tun. Und das kostet ja auch Zeit. Und das wollen sie dann aber nicht. Und das ist halt allgemein so diese ganze Verblödung im TV. Da gibt es auch diesen Film da, Fifty Shades of Grey. Ich habe ihn zwar selber noch nicht persönlich gesehen, aber Leute haben mir davon erzählt. Im Endeffekt der totale Traummann, mit dem man sämtliche Sachen ausleben kann. Aber in der Realität ist es eben nicht realistisch. Also viele Frauen wollen halt einen, der wo super ausschaut, der wo super reich ist und blenden aber diese Schattenseiten komplett aus. Und da ist für mein Dafürhalten auch Hollywood schuld, warum viele Frauen oder viele Menschen einfach falsche Ideale in ihrem Kopf haben. Und es muss einem einfach klar sein, wenn einer vom Körper sehr gut durchtrainiert ist, dass der was dafür tun muss, dass da viel Zeit durch Training fällig wird. Oder wenn ein Mann super reich ist, Millionär oder mehr, weil er eine eigene Firma hat, dann muss einem doch bewusst sein, dass das auch Zeit kostet. Oder dass es auch Phasen gibt, da kostet die Firma vielleicht nicht so viel Zeit, aber er muss sich ja immer darum kümmern. Er hat immer das volle Risiko. Oder wenn ein Mann super gut ausschaut und super reich ist, dass sich auch andere Frauen dafür interessieren. Aber da ist ja dann die erste Voraussetzung und dann ist das irgendwie so eine Verkäuferin im Supermarkt. Also ich habe nichts gegen Verkäuferinnen im Supermarkt. Aber was kann die denn so einem Mann bieten, der reich ist, super gut ausschaut und warum soll der ihr immer treu sein? Weil da gibt es ja dann andere Frauen auch, die sich dafür interessieren. Und da sagen die, nee, nee, der muss treu sein. Aber das Ganze funktioniert doch auch nur, wenn sie dann viel zu bieten hat. Das, was er dann auch braucht, sodass er die anderen Frauen dann abblitzen lässt. Das könnt ihr ja mal schauen bei so Superstars, wie viele Frauen die haben könnten und teilweise auch hammergute Frauen, die selber auch was erreicht haben. Und da wird es halt dann umso schwieriger, dass man so jemanden dann halten kann. Und da denken halt dann viele Dorfpommeranzen, dass sie da nur da drauf warten und dann kommt der Richtige und dann ist ihr Leben da wie im Schlaraffenland. Da machen sie ein paar Kinder, sie ist daheim, macht ein Kaffeegrenzchen mit Freundinnen und der Mann, der schafft das ganze Geld her, fährt dann mit der dreimal im Jahr in Urlaub, ist voll durchtrainiert, so ein Traummann, da wo sie dann angeben kann. Ja, und in der Realität schaut das halt meistens nicht so aus, weil es nicht realistisch ist. Das gleiche kann man auch umdrehen für die Männer, die wo sich dann teilweise so eine Hammerfrau wünschen, die dann möglicherweise im Bett auch noch eine Bombe ist, aber haben halt selber nicht viel zu bieten und verstehen dann nicht, wenn eine Frau so gut ausschaut, dass es dann auch andere Männer gibt, die dann diese Frau haben wollen. Oder dass eben die Frau, für das, dass sie so gut ausschaut, auch viel dafür tun muss. Und dann sagt der Mann, ah, du bist immer nur beim Trainieren und dich schminken und so, ich will aber dies und das machen. Ja, und das sind dann immer diese unklaren Vorstellungen, die nicht zusammenpassen, die uns durch Hollywood weiß gemacht werden, dass alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist und da wird einfach die Polarität komplett ausgeblendet, denn jede Lichtseite oder jedes Licht wirft auch Schatten. Und es ist immer wichtig, dass man auch die Schattenseiten sich raussucht. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Hier nochmal ein Eindruck von der Wiesn. Wenn du mich unterstützen möchtest, störtepriester.de, der Reiter Support. Da sind meine ganzen Links, ganz wichtig, mein Telegram-Kanal. Würde mich freuen, wenn du da dazukommst oder wenn du mich durch einen Kauf von meinem Amazon-Shop da irgendwie unterstützt. Ich möchte jetzt hier nicht betteln, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, rein finanziell lohnt sich der Kanal hinten und vorne nicht und ich mache den teilweise echt aus ideologischen Gründen, also nicht wie eine Sekte, sondern weil ich vielleicht etwas Wert stiften möchte. Aber dennoch freue ich mich immer über jede Unterstützung, sei sie noch so klein. So, das soll es aber jetzt heute wirklich gewesen sein. Ich wünsche dir eine coole nächste Woche und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dann. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de slash shop. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.